Hier vorne ist einer der letzten Backöfen im Oda-Woo. Sascha guck mal. Was machst du denn da? Waschküche? Was früher mal wieder. Ja, gleich. Hallo, Opel. Jetzt sehen Sie, man bock ihren Sascha. Dreh dann. Du musst ihn reinbringen. Du lösst, fahr mal. Guck mal, du tritt mal hier zu. Hier treten. Guck mal so, du trittst nicht mehr. Klar, du bist du fest. Weiter. Du tritt doch mal. Du tritt doch mal, Junge. Du bist da oben. Deine Beine sind lang genug, schon bei der Zutang. Nun dreh doch mal zu. Sascha. Du bist da oben. Du bist da oben. Du bist da oben. Ja. Du bist da oben. Um, du bist da oben. Vielen Dank.